wir sind wieder drin in wie heißt das spiel ich habe immer ein problem mit benutzernamen rätseln im co-op tatsächlich bisher schlechter vorgestellt war es ist nur tutorial und grafik ich finde ich überhaupt nicht nervig ist das oben rechts im bildschirm und nervt mich überhaupt nicht ich krieg das gar nicht mit doch weil ich die nicht wegbringen die sind ja immer da aber nicht gemacht habe was da steht das ist bei mir auch so ich kann jetzt hier drücken und zoomen und ja aber es bleibt halt da und das nervt mir aber der zoom der spitze lehnen für popp ist es halt ja wir müssen das schlüssel so weit der schlüssel liegt genau vor der tür okay so mag ich das gutes rätsel ja ich kann nicht öffnen weil ich habe keinen schlüssel richtig durch der fackel nicht an über ein hebel ich habe ich habe den wagen über geschickt da kommt der wagen haben bei dir oder so morgen ich kann das nehmen warte mal ich kann den nehmen jetzt kann ich hier auswählen und du musst mir wahrscheinlich deinen schlüssel überschicken würde irgendwie gut finden es wäre wahrscheinlich sinnvoll genau jetzt habe ich hier im blauen tür schlüssel brauchen grünen aufschließen ja ja ich weiß den kriegst du kannst du es wieder rüberholen ja wie machst du es ist doch ein hebel ja da ist ein hebel aber du hast den hebel okay ich habe keinen hebel mach mal der fackel an warum ich mich besser dann sehe ich dich besser so blödsinn ja ja umgekehrt ich kann auch sachen zeigen da macht das was ich kann zeigen auch unter dem mozer stück zeigen aber ich muss ja auch noch irgendwas machen ja ich habe da maschine mit diverse dinge die erste reihe da wir krone und krone und ich habe immer den schlüssel in der hand wie wir denn wieder los das kann ich bewegen weil ich gehe ich mache mal noch die eine tür auf die hast du den schlüssel wieder los bracht ich habe einen schlüssel in der hand mausrad drehen man kann schon weg und mit e krieg stand direkt wieder ok und e geht auch kunde in roten schlüssel er verschiebt hier dinge anscheinend weil ich habe nichts macht ich verschiebe gar nichts ich bin hier gerade und gucke ich habe eine safe kombination als der wwf aus ok ich kann dinge verschieben ja dann verschieben aus die chronisch dafür brauche ich ist das letzte das könnte dahin das machen wir mal dahin f auswählen da bin ich auch gerade zu sprechen dann die narrenmütze auch um ja wo gehören die narrenmütze hin ach er möchte auch schieben ganz rechts das symbol wo ich verschieben kann ist bei mir so art narrenmütze oder so nenne ich jetzt mal so ok jetzt ist es auch wo muss die hin geht da habe nämlich kein symbol dazu oder macht es auswählen und jetzt kann ich hier ja aber da bringt da ist die mütze eben im weg aber ich kann es hier oder mal auswählen so aber was bringt uns das ja die sind wir müssen dahin wo es halten müssen genau ich sehe es aber du musst die anderen ok gehen wir auf die jetzt mal ich habe wieder in blüten macht das ding rechts rein jetzt rechts ja die hoch jetzt kannst du unten die zwei platzieren dann kann ich das nach rechts schieben kann ich gar nicht was solltet ihr platzieren können ja einfach nach unten rein schieben damit ich mir habe es verstanden genau ja und noch ein moment das gehört da erstmal hin wo da weiß ich nämlich nur immer nicht wohin die krone jetzt ein rechts machen die krone 1 noch recht ja jetzt habe ich nur das problem das sind zwei dinge da vertauschen muss ich muss mit meiner noch raus das ist jetzt das machen wir mal dahin machen wir wieder beide runter ich glaube wir müssen die ich muss die krone mit dem mit mit der kappe müssen auch noch mal tauschen ja ja dann müssen wir stopp kannst noch rechts mit der kleinen krone nee nee da nicht versperren da will ich ihn mit der krone wieder willst du okay ja dann gehen geht da rein bringt halt erst mal nix weil das bringt halt nix weil ich bringe mein kappe bringen den hoch noch eins nach links ja doch gehen mit dem mit dem reagent noch eins nach links mit dem reagent 1 nach links ja und nun ja jetzt ohne hoch dann kann ich mit meiner krone mal raus ah ja okay moment moment ja geh halt weg ja dahin ja jetzt kannst du ja ganz ruhig ja moment ich hab da echte probleme mit dem anwählen und schieben wir machen das wer ist d und f habe ich hier ja was kann machen wer ist die und wir haben es haben wir nicht eins ist hier über die nacken kappel die ist aber die haben wir nicht braucht da hier und hier drei schalten ich habe vorher geschloss da hängen das sind nicht weg bringen genau das habe wir auch auch eine kombination um das kann da nicht mehr kombination eingeben ich habe da einfach nix da ist ein loch drin ich habe ich habe hier weiß dass ich glaube ich von da drüben nicht aber ich habe hier vier drehrädchen die ich auch fünf fünf ich habe hier ein keyboard mit symbole hat die drehrädchen ja die habe auch hat ja ja muss man ja weiß nur nicht wie die ach du hast hast du symbole drunter nein wahrscheinlich nicht ganz links ist er kaffeebohne ganz links wir sind fünf symbole das linke ist er kaffeebohne du drehst doch alle du machst gerade einen auf slot machine ich träge hier einzelne dinge manchmal mal alle nach oben so alles oben wie oben ich habe vier räder die ich drehen kann links muss kaffeebohne hin dann ist die zweite ihr habt doch kein symbol wie du hast keine symbole kannst du die einzelnen drehen ja dann drehen wir links um 1 nach links und nach rechts ich kann nur nach rechts drehen aber wie nach rechts ist es nicht links ist in dem viereck angeordnet also zwei oben zwei und gott wie zwei jahre hinweise ach du scheiße ist einfach 42 wie schaut das ganze bei mir aus bei mir schaut es aus dass du tritt und drehen wir alle du sollst nur 1 klar nichts ob ich ich träge strick hat überhaupt null ich stehe hier und gucken zu dir rüber dann drehen sie die automatisch warum auch gott da läuft der timer und es ist ja voll vollkommen doof ich glaube du musst noch mal woanders gucken ob irgendwo wurde man das haben wir gemacht das haben wir gemacht besser schlüssel drin den kommen wir das richtig einstellen was passieren wenn du an deine rädchen drehst nix da ist eine tür daneben die ich dann öffnen könnte wenn es richtig eingestellt ist ach bei der tür hast du das ist wie eine safe kombi ja gehen wir dreht mal nach was weiß ich was das ist da machen wir mal fackel an du siehst mir oder hier bin ich hier ja dahinter sehe ich dich ja da gehe jetzt mal hin da wo ich stehe ist das lockmaschinen ja die habe ich sehen aber ich sehe halt nicht was drauf ist natürlich aber du kannst du kannst doch da irgendwas drehen können ich drehe jetzt mal ein rad nach er hatte sich das ändert sich halt nix nee das hat nichts mit einer ich glaube nicht dass die verbunden sind du musst einfach gucken ob irgendwo eine kombination ist vielleicht über mir oder sonst wo wo es ein hinweis gibt versteht habe ich hab da mehrere symbole fünf stunde auch der slotmaschinen kann ich habe nichts von mir muss wo sachen drin liegen wo ich aber nicht hinkommen ich habe hier buch mit einer seite das sind pfeile also links oben fall nach oben wenn dir die was irgendetwas bringt irgendetwas bringt hier habe ich habe eine scheibe scheibe ich habe eine scheibe gefunden geht nicht auf die passt aber dann schreibt liegt auch aber ich komme nicht rein wahrscheinlich brauche ich dafür naja ich kann aber scheibe die wo in der mitte fünf draufsteht die man aber nichts bringt nähe aber das oben unten das hört sich doch mal gut an was hast du im moment ich habe jetzt hier erst mal scheibe also links oben fall nach oben links oben fall nach oben ok passt rechts oben fall nach diagonal links unten links unten fall nach diagonal rechts oben okay habe ich rechts unten fall nach diagonal rechts unten habe ich geht auf ab dem schlüssel das ist toll ja und hier dreht sie und geht auf das ist schön du kannst du mir rüber dann kann man jetzt hier öffnen super genau so symbol habe ich so guck jetzt ich hier da einfach zum einstellen da die kriegen ja und hier müssen wir jetzt zu zweit einfach das drück ja drückt doch schon ja vielleicht ich noch mal drücken und jetzt nicht machen soll jetzt geht's auf allein habe ich das nicht geschafft ja ich habe eine scheibe warum wir zu einem tollen scheibchen ja ich kann mir jetzt hier auch das ist auch eine scheibe was steht bei deiner scheibe drauf 1 1 ok hast du noch mal jetzt dreieckschlüssel jetzt ja den namen nee nee der ist bei mir drüben nur eigentlich wird ok ich glaube wir müssen zu dir rüberfahren ja warte warte bin da waren wir mal hast du was gedrückt dass man vor ja da ist ein knopf neben dir ah ja ich sehe ok gut das ist meine lockmaschinen die da läuft oben der timer und der macht wilde dinge und ich kann nichts machen okay warte mal da kann man noch nicht hoch gibt es bei dir irgendwas wo man drücken muss oder sonstwas und nein ihr habt sonst nichts ich habe nur dahinten ist der schlüssel da liegt der schlüssel drin der dreieckschlüssel aber dann müssen wir in die blöde slot machine irgendwie in gang bringen kann man irgendwie du kannst nichts drücken und das lockmaschinen dann habe ich meint du musst einstellen aber war offensichtlich auch hier gab es ja auch nichts mehr drücken und wo können die scheiben überhaupt da ist schon mal da ist noch mal was los ist und gehen mal rüber ich habe ja noch ein schlüssel dahinten gefunden stimmt ich kann noch was aufschließen bei mir kann ich nicht das ist der dreieckschlüssel den hast du den dreieckschlüssel das war der grüne kreis runde schlüssel den vom feuer hatte den habe ich aus irgendeinem grund hier konnten wir auch nirgendwo was einsetzen haben wir nur die sachen gefunden das tolle schränkler haben wir umgeschmissen das haben wir geöffnet die die slot machine das ding geht dann doch hoch irgendwas ganz wild kann dann null interagieren mit aber ich würde sagen was man was und wie man machen das machen wir in der nächsten folge bis dann ja 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 Vielen Dank.